Bleib mir bitte mit der weg. Äh, Peppy, willst du mal ein wenig braun? Was? Braun. Ja, komm, lass uns standhüten. Achso, braun, ja. So ein paar Tränke machen. Ach, verdammt, hab ich dir welche gegeben? Oh, mein Pferd. Was, Leatherwarzen? Ja, hab ich dir gegeben, oder? Scheiße. Ja, ich würde jetzt gerne sagen, geh mal in die Truhe rein und guck nach, aber... Alex, wo sind denn die Samen? Hier unten, komm runter. Woa, Reverskelett. Ui. Und wo sind die Samen? Schade, ey. Keine. Boah. Ah, da hinten. Ist die Kiste wirklich so gut versteckt? Ja, schau, Alex. Guck mal, wenn ich so lang laufe, so, dann seh ich die... Ich weiß, das ist das Fiese hier an der Kiste. Ich hab die aber auf den ersten Blick auch nicht gesehen, ne? Muss ich echt zugeben. Ey, 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 ey. Kostet 5 Euro. Warte. Wenn du Samen brauchst, kannst du bei mir in der Kiste aufpassen. 5 Euro, Alter. Ich hab mega viele Stacks davon. Wohne meine 5 Euro? Nils. Ach, warte, 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 warte. Nils. Ja. Wenn du mehr Samen willst, ich hab bei mir in der Kiste 2,5 Stacks. Ach, 1 Stack reicht erstmal. Ne. Ich hab jetzt irgendwie, das bedeutet, zu mir oben da irgendwo ein Haus zu bauen. Bei mir? Na, ich glaub, das mach ich mir aus... Ja, aus Nether. Stuff. Und baue mir eine Nether-Festung. Ich wusste gar nicht, dass man Ziegel... Eine kleine Minimalburg, so ganz dezent, so... Man kennt das ja. So eine ganz dezente Burg. Aus Nether, die vollbrennt. Eine ganz dezente Festung aus Nether. Australischer Standard. Ja. So. Ähm. Was? Nils, sind die da bei dir? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich seh keinen. Oh, cool. Wir haben mal Boden drin bei Peppy, seiner Wohnung. Ja, ich will die jetzt auch... Oh, der hält. Ich will jetzt eigentlich weiterbauen, aber... Hm, hier stehen insgesamt drei Häuser und dein Haus da oben. Nils. Bitte. Please. Du hast die Ausschau zwischen drei Häusern, wo du weißt, dass es... Die Mine mir gehört. Das, äh... Haus aus Astat... Äh... Tartier. Äh... Nico. Das Geilste übrigens. Ach, du hast dein Pferd hier oben. Wir hatten doch vier Pferde. Und Nils hat seinen schon hochgeholt. Ey, Moment mal. Ja, er hat mir Peppy ja gegeben. Ey, Moment mal. Das ist meins. Hä? Ist das braun... Braun-weiß gefleckt? Nein. Das hier ist meins. Ich hab das helle. Das dunkle hier ist deins. Das hier ist deins. Ach so, jetzt... Dann sag ich mir das doch. Ja, sag ich dir jetzt. Soll ich geh jetzt Can töten? Warte! Ich will nichts mit! Das ist mein Pferd. Soll ich geh jetzt Can töten? Naja, die... Also, die... Die Festung hat mir das gegeben, was ich mal gesucht hätte. Warzen. Ja, die hab ich jetzt im Überfluss mal wieder. Ich hab jetzt 47 Warzen mal wieder. Was? Du hast Warzenfüße? Am Arsch. Was? Ich hab Warzen am Arsch. Guckt ihr das nicht? Ach so, die Falle meint ihr. Ähm. Ey, ähm... Er belegt, er belegt. Machen wir den weg! Alter, die haben ja ein geiles Haus. Tun wir das scheiß Ding jetzt endlich mal in die Luft sprengen? Nee, weißt du... Tiberius hat nix gemacht, ey. Gegen den würd ich nix machen. Aber es sieht so scheiß aus! Ist mir scheißegal. Ich mach... Also, ich... Dann will ich da nicht mit eingebunden sein. Okay, Nils. Viel Spaß beim selbst in die Luft jagen. Weil ich will es keinem irgendwie schaden, nur um... irgendwas, was dir nicht gefällt, aus der Welt zu schaffen. Ähm. Oh, da wird man eigentlich noch ganz schön viele Melonen. Lol. Äh, das ist natürlich Fail, ne? Weißt du? Ich hab alle... Alle Gänge zugebaut, ähm... Wo ich... Wo ich mir selbst gesagt hab, ja, da ist kein Loot mehr drinne. Und, äh... Ich bin jetzt in so nem Kreis, weil auf allen Seiten kein Loot mehr ist. Hat man nicht irgendwie so ein netter Brick-Saves-Machen? Und ich bin auf meinem Pferd. Ah, stimmt ja, man kann netter ja... einspelzen. Gut, hab vorausgefunden, wie ich die netter Bricks mache. Never... äh... River Skelett... Kill dich. Heißig, geht's nether... äh... Nether... Stuff farmen. Ah ja, Nils, musst du nicht um halb weg? YOLO. So wie Kubi vorhin, ne? Der... Der hat auch YOLO. Kommt der Marmrei und... Nils! Jetzt ist endgültig Schluss! Endgültig Schluss! Ohne... Ohne... Ohne Wiederkehr. Alter, heute hat die Season echt gebockt. Ja, tut er. Was ist die... Was ist die Season heute? Heute hat sie echt gebockt. Ja, die bockt immer noch. In your anus. Gut, die Festung ist doch n' Bullshit. Schade, schade. Ah ja, ich tu grad die... Keine Diamanten hier drin gefunden, ne? Ich tu grad unser nether-Portal noch ein bisschen auftunen, weil der... Alles, was nether ist, kann kaputt gehen. Von einem Schuss eines Gastes. Und wenn der zufällig das Portal trifft, hab ich so'n winzig kleines Problemchen. Hab'n Feuerzeug. Ja, du vielleicht, aber ich nicht. Ja, ich bin auch woanders im Nerver drin. Habt ihr jetzt eigentlich die... Die... Die Ding, ähm... Gesaved mit dem... Mit dem Lava-Eimer oder sowas? Dass die reinzacken? Nicht, gell? Aber die haben auch schon Pferde, aber die haben keine Sattel für die Pferde. Oh doch, die haben Sattel. Ich hab mir vorher n' Pferd geklaut. Kann sein. Ich bin da einfach hingegangen, hab mir ein Pferd mitgehen lassen. So, hier ist CubeSide und Skepta. Dann töte sie. Ja, ähm... Position. Und schon. Schreib die Position auf. Ich würd kein Beef anfangen, wo unterqualifizierte Leute sind. Weißt du wat? Ich mach mir gleich ne Gold... Ach, cool, ich hab was gefunden, entweder das... Bin... Ach, Kohle. Ich dachte schon, es wär' ein Whiplier-Skelett, ey. Moment, Moment, Moment. Äh, ein Whiplier-Skelett. Bist das du, bist das du? Woo! Ah, Magma Cube. Kleiner Mann. Alter, wie viel Schläge der braucht. Ist ja mega hässlich. Das war ne Mücke. Hm. In jeder Aufnahme immer wieder eine mitgetöten. Einen ganzen Magma-Skelett getötet und ich hab nur einen einzigen Schleim gekriegt. Also Magma-Skelett. Und Alex, hör mal nachher bei meinem Haus vorbei, das sieht geil aus. Oder ihr anderen auch. Willst du aber doch mal anschauen? Ja, hab ich vorhin schon angeguckt. Das sieht schon so ziemlich geil aus. Wenn es scheiße aussieht, springe ich es in die Luft. Genauso wie den Spawner. Ja. Na dann, tötet bitte noch Peppy und... Tschüss. Peppy? Äh, nicht Pe... Ähm... Teamkill? Jan. Jan. Ja gut, Peppy können wir auch töten. Hahaha. Aber das, 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 das mach nicht ich, das mach Peppy selber. Peppy beginnt Selbstmord. Ne, warte, ähm... Peppy ist ja bis jetzt, ähm, in der Season mega oft schon gestorben, ne? Ja, ich hab deinen Wunsch ja eigentlich schon erfüllt, ne? Ich hab Peppy schon einmal getötet. Haha, Jan-Steppan-Aids. Peppy, ne? Äh... Ich hab dich ja schon. Oh Gott. Muss kurz Jan umbringen. Oh, da will ich ja mal mitmachen. Ich bin grad am Level 30 Level noch im Never. Dauert nicht mehr lang. Na dann. Tschö. Tschöselinchen. Warten Sniper-Battle zwischen Jan und mir. Da waren's nur noch drei. Ja. Somit sind die Teams jetzt ausgeglichen. Echt? Nicht. Ne. Wir sind immer noch mehr. Ja. Ne, es ist ein Dupe mit drei dabei. Das ist Season Clan 2. Ah ja, genau. Doch, doch, doch. Büsterchen. Stimmt, ja. Ja, mit denen sind wir ausgeglichen. Aber da sind sowieso zwei, äh, die gegen einen verfeindet sind. Ah. Oh, Peppy. Oh, das ist natürlich schlecht. Du hast ein Diaschwert dabei gehabt, ernsthaft. Ja. Peppy. Lächerlich. Ich hatte auch meine Diamantpferderüstung dabei. Peppy, du weißt schon, dass die das jetzt wirklich behalten dürfen, ne? Ja. Warte mal kurz, ich... Das ist hart shitty von dir. Löst das Problem gleich nochmal, okay? Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Weh, du nimmst jetzt mein Diamantschwert aus der Kiste. Nein, ich nehme mir die 36 TNT mit. Oh. Hey, wo ist unser Feuerzeug hin? Ach, das hast du, ne? Bau dir halt eins. Alter, ich hab... Warum bist du überhaupt mit... Alter, ernsthaft. Warum rufst du mit allem Scheiß rum und danach stirbst du noch, ernsthaft? Manchmal verstehe ich es nicht. Ich singe ein Lied von Rihanna und Shakira. Yeah. Also, ich suche die nächste Festung. Denkst du, ich schaff das in einer halben Stunde? Gut, Team, redet. Wie sagst du gern? Denkst du, denkst du, ich schaffe, äh, denkst du, ich schaffe das nächste Festungsrache, du hast angefangen. Ja, du weißt schon, dass er, dass er ziemlich gut im PvP ist, der Jan. Im PvP? Im PvP. Sag mal PvP, geht schneller. Hört sich nicht so, so komisch an, so PvP, immer so, immer so Gay-Porn-mäßig. Verstehst du, was ich mein? Nein. Ja, dann, dann halt nicht. Ah, Festung. Was bin ich denn für Lacker gerade, ey? Von einer Festung zur anderen. So, wie komm ich da rüber? Was sagst du, ich hab Skill? Nein, du hast Dill. Dann halt so. Hauptsache, ich hab was. Ob's Gewürze oder Skill. Ich frag mich immer noch, was dir Dill bringt. Wow, fluid wieder heiser. Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... I don't hope it's somebody to love somebody, somebody new. Ganz mal die Klappe halten Kannst du mir mal helfen? Ich bin ca. 1000 Blöcke vom Never Entfernt Ah, sovien Quarzblöcke, gut Um nicht zu sterben, gehst du aus dem Spiel raus Ich habe gerade keinen Bock mehr, außerdem ist die Folge jetzt eh zu Ende Nein Wir haben noch eine halbe Stunde Ich habe aber keinen Bock mehr Weil du gestorben bist, dein Zeug verloren hast Was ist so ein Zeug Ernsthaft Du hast den Kampf angefechtet und hast verloren und jetzt schnaifst du Na gut, da war man nur noch Das hätte ich jetzt nicht erwartet Er hat ja am Anfang noch gesagt Wir brauchen jetzt die Errüstung Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet Wow, scheiße Ja, dann Ja, wir haben heute schon Ja, es geht auch Nichts gedroppt Don't drop dat dumm da da Alter, was für eine geile Festung ey Dann baue ich mir jetzt gleich mal ein übergeiles Überhaus Aus netter Stuff So, ein Gast weniger Da hätten wir es noch einer Der nicht leben darf Dann brauche ich jetzt gleich ein Feuerzeug Ich habe keine Pfeile mehr Scheiße So, schau ich auf einmal hier richtig Ja, ich schaff's auf einmal hier richtig rumzumachen Geil So, kann ich das jetzt rein klatschen Don't drop dat dumm da da Gut Ein Gast Zwei Skelette Der erste Gangliegen hat in das hier Und eine Lohre Und ein Never Äh Ich baue jetzt noch in der halben Stunde ein bisschen mein Haus an Das ich dann oben auf den Berg setzen werde